Hallo, ich bin der Felix. Ich habe heute einen Putzhandschuh-Dubelsack gebaut und wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt. Dieser Putzhandschuh-Dubelsack besteht aus zwei Schilflöten. Die eine ist mit Löcher versehen, die andere ist ohne Löcher, die spielt einfach den Grundton. Dieses Schilfrohr ist das Einblasrohr. Damit bei den Flöten die Zungen, die ich rausgeschnitten habe, nicht am Handschuh anstösst, habe ich aus Kork solche Distanzringe gebaut, die ich einfach dazwischen geklemmt habe. Natürlich ist der Handschuh oben zusammengebunden, damit die Luft nicht entweicht. Und so sieht das Innenleben des Dudelsacks aus, wenn man den Handschuh umstülpt. Der Aussage ins Leit hier in derristie funktioniert. Und so tönt das Ganze. Und so tönt das Ganze. Und so tönt das Ganze.